Und dann würde ich gerne mal gucken, wie schaut's denn jetzt aus? Kommen das nachts dann trotzdem noch Spinnen? Nein, eigentlich nicht. So, und dann könnte ich ja direkt über dem Spawner eigentlich, den könnte ich ja übrig lassen. So, euch würde ich alle gerne mitnehmen. Hier würde ich gerne alles mitnehmen. Kisten, habe ich die Axt? Ja, ich habe noch eine Axt, das ist gut. Die würde ich nämlich dann auch mitnehmen, den Spawner lassen wir mal hier drin, in aller Ruhe. Und dann würde ich eigentlich fast mal das Zeug zurück zu unserem... Boah. Das sind das kleine, miese... Fatzkes. Unglaublich. So, wo will ich denn jetzt eigentlich lang? Ähm... Ich wollte ja zurück zu meiner Basis. Wo muss ich denn da hin? War das nicht hier irgendwo lang? Ach, hier. Ach, okay. Gut, dann muss ich hier nicht an der Siedkopfsteinpflaster. Zack. Und... Na komm. Zack. Wunderbar. Und da würde ich eigentlich ganz gerne mal die Erde wegmachen. Hallo, Lama. Und dann würde ich... Euch ganz gerne mal ausladen. Ähm... Joa, du bleibst du mal da oben, ne? Joa. Von mir aus. So, also was wollte ich hier eigentlich machen? Ich wollte hier... Dich nochmal in die Kohle packen. Und dann wollte ich hier sagen... Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Apropos... Du kannst da rüber. Äh... Du, du... Du, 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 du... Du, 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 du... Ähm... Schießpulver, die Kohle würde ich behalten. Und die Kisten... Können wir auch mal wegpacken. So... Eisen haben wir da drüben noch. Und dann würde ich hier sagen... Jupp, wieder weg damit. Und dann können wir den Spaß eigentlich behalten. So, und wenn ich jetzt mal am überlegen bin... So, dann könnten wir uns jetzt nämlich ein paar Rippchen machen. Und es würde uns das Leben eigentlich einfacher machen, wenn wir hier nicht diesen Zwischenstand hätten. So, zack, 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 und zack. So, und den Schleim würde ich ganz gerne mitnehmen. So, hier bitte noch. Ja, wunderbar. Da gibt's ja durchaus einige Schleimige, ey. Okay, nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne hier ein bisschen weiter erkunden. Hier hinten gab's ja noch was zu erkunden. Und da oben auch. So, das heißt hier. Dann würde ich hier mal die 4 sagen, so. Und... Nö, das geht eigentlich hier so. Wunderbar. Und dann können wir jetzt, wer hier ja schon wieder zu ist, von hinten nach vorne die Kohle rausholen. Von hinten nach vorne deswegen, wenn wir dann nicht mehr so tief reinlaufen müssen. Und es unerheblich ist, wenn wir Wege bis dahin kaputt machen. Genau. So. Haben wir hier nochmal einen Eisenblock. Haben wir hier nochmal Kohle. Und wir hoffen mal, dass uns kein Creeper über den Weg läuft. Okay, aber wir müssen trotzdem bis ganz nach hinten. Wieder, weil wir eine neue Spitzhacke brauchen. Hihi. So, aber irgendwie scheint es hier noch nicht ausgeleuchtet genug zu sein. Hier gibt's immer noch genug Viecher, die spawnen. Obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Dann haben wir das schon mal geschafft. Und dann sind wir hier schon mal draußen. Und dann ist auch schon wieder Tag. Hey Spinny! Und dann können wir eigentlich dich nehmen. Da können wir dich hier wieder reinpacken. Dich würde ich behalten. Dann würde ich eigentlich mal hier hingehen. Und dann würde ich zu dir mal sagen. Zack, zack. Okay. Dann würde ich zu dir hier sagen. Ja, Spinne ist ja gut. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Creeper irgendwo. Nein. Spinne. Hihi. Gut, und dann können wir hier noch mal das Eisen brennen, obwohl es unnötig ist. Den Pfeil hätten wir auch noch mal einen. Stäbchen hätten wir auch genuge. Genuge vor allem. Schleims würde ich ganz gerne abgeben. Seiden, Spinnen, Augen, Knochen. Äh, das Feuerzeug können wir eigentlich auch gerade mal weg machen. Diorit. Kann weg. Und dann können wir eigentlich schon wieder weitergehen. So, wir gehen mal in die andere Richtung. Weil ich da hinten noch ein bisschen Höhlenerkundung machen wollen würde. Apropos. Ach, kann man eigentlich liegen lassen. Ja, lassen wir jetzt erstmal liegen. Dann gehen wir da runter und da war ja die Sackgasse. Okay. Das heißt, das war nicht der richtige Weg. Aber gerade da war ja der Haupteingang. Genau, da war der Haupteingang. Dann sind wir jetzt gerade da lang gelaufen, also laufen wir jetzt mal hier lang. Genau, und der ging ja dann ein Stockwerk tiefer für uns. Und da war ja dann der Zombie-Spawner irgendwo. So, das heißt hier können wir wieder regulär weitersuchen. Ich habe schon gesagt, dass ich Baby-Zombies hasse. Die sind voll fix. Also ich habe die ehrlich gesagt noch nie vorher erlebt, aber jetzt gehen sie mir gerade echt auf den Zeiger. Was macht denn das Lama hier? So... Wäre okay. Ist okay. Hey, Spinne! Okay, dann würde ich hier mal das Eisen mitnehmen. Und hier das Eisen mitnehmen. So... Die Kohle lasse ich mal hier drin. Die Kohle hier lasse ich mal hier drin. Das war ja alles völlig in Ordnung. Hier oben... Geht's zu der anderen Seite? Okay. Passt. Kohle. Zombie. Zombie. Okay, es wird schon wieder nächtlich. Das heißt, wir machen hier mal wieder ein bisschen Licht. Da unten bin ich schon lang gelaufen. Wie kommt dann ein Creeper da rein? Zum Geier. Okay. Und da unten bin ich schon lang gelaufen. Jedes Mal das Gleiche. Hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal.